Der Falken-Fauftakt Der Falken-Fauftakt Der Falken-Fauftakt Der Falken-Fauftakt Uh, also gestern Falken-Fauftakt Nicht so gut laufen Da hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr überlegen sollen Naja, alles was schief gehen hätte können ist schief gehen nicht Bursche, ich hab mit dem Stefan telefoniert Er hat gemeint, er hat die Bandkasse geplündert und uns das Finale gekauft Aha, okay Wie soll das gehen? Ich hab keine Ahnung, er hat gemeint Er hat sich ja angeschaut und analysiert wie diese Shows im Normalfall ablaufen und hat gesagt, das ist ein deppensicherer Plan Okay, dann lassen wir uns überraschen Kann nur mehr besser werden Burschen, haltet euch fest Ich hab uns was gekauft, das sichert uns den Sieg Ich sag euch das, schaut's her Stefan Das ist... Das ist... Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Und du siehst jetzt, wann fragen sie Namen hin? Machen die jetzt noch was? Ist die hin? Ich weiß nicht, ich hab die so gekauft. Ich hab mal gedacht, die werden so gezüchtet. Stefan, ich glaub, das ist nichts. Dafür hast du die Bandkasse geplündert? Die Rechnung noch. Ich hab die Bandkasse geplündert. Ich hab die Bandkasse geplündert.